Hallo Leute, in diesem Video wollte ich euch zeigen, was ich gekauft habe in Amazon. Ja, wenn ihr wollt, ich kann es ein paar zwei machen. Mit diesen, also ja, ich wollte diese, äh, diese Starbucks mit diesen braunen Mischeln. Also ja, ich kann ein paar zwei machen, wenn ihr wollt. Nur ihr könnt es kaum entzünden, eigentlich, so bitte, Part 2 und dann hekt es so. Okay. Äh, ja. Äh, ich öffne das jetzt eigentlich. Ja, ich kann es gar nicht öffnen. Äh, okay, jetzt habe ich das auf. Jetzt muss ich das, äh, Starbucks-Dings-Star-Booms öffnen. Also ja, das sieht eigentlich so aus. Äh, ich habe ein paar beim Tisch, auf dem Tisch. Äh, ich bin der See-Gey. Äh, ich bin der See-Gey. Ja, du bist der村-Dings-Samen.